Hi, ich bin Geshe Michael Roach und zuallererst möchte ich dir danken, dass du den Kurs DCI Level 7 gebucht hast, die Diamantwelt berühren. Und ich möchte dich ermutigen und dir eine Art vorstellen, wie du darüber denken kannst, bevor du in diesen Kurs eintauchst. Es ist ein schwieriger Kurs. Es ist ein sehr tiefgreifender Kurs. Und nach meiner Erfahrung sind die Menschen auf der ganzen Welt, wenn wir diese Kurse designen, wenn wir diese uralte Weisheit übersetzen, diese 2000 Jahre alten Bücher und diese Kurse entwickeln und sie der Welt schenken. Da gibt es so ein bisschen Spannung oder Sorge. Wir fühlen uns ein bisschen nervös, wir alle bei DCI. Wir haben dann Meetings und reden dann miteinander darüber. Können die Menschen diesen Kurs handhaben? Oder ist er zu tiefgreifend? Wir wissen, dass Leute gerne Herausforderungen annehmen bis zu einem gewissen Grad. Aber dieser Kurs, die Diamantwelt berühren, da waren wir ein bisschen unsicher und nervös und aufgeregt, dass er vielleicht zu tiefgreifend sein könnte für die Leute. Und dann gehen wir raus in ein Land auf eine Tour und haben 100 oder 200 Leute in einer Gruppe für drei oder vier Tage, gehen durch diesen Kurs und wir entdecken dann etwas, was man vielleicht nicht erwarten würde. Und das ist, dass die Menschen auf der ganzen Welt, egal wer sie sind, egal aus welchem Land sie kommen, dass sie hungrig sind nach etwas, das eine tiefe Bedeutung hat. Wir leben in einer Welt von billiger Information, von flachen Informationen. Wir gehen online, öffnen unseren Geist für Informationen und nach einer Stunde fühlen wir uns nicht erfüllt. Ich persönlich, mir geht es so. Es sieht so aus, dass diese Information so allgemein und so billig geworden ist, dass wir nichts mehr daraus lernen oder es uns nicht mehr hilft. Und was wir herausfinden, ist, dass die Menschen auf der ganzen Welt hungrig sind nach etwas, das tiefgreifende und eine hochwertige, stabile Substanz hat. Und wir haben diese Kurse designt und können jetzt direkt dort einsteigen. Und ich möchte dich ermuntern, deine Zeit zu widmen. Du hast diesen Kurs gebucht und wir wollen, dass du etwas aus diesem Kurs rausbekommst, dass du aus diesem Kurs rauskommst mit einer Art Superkraft, die dir für den Rest deines Lebens hilft, erfolgreich und glücklich zu sein und dabei Spaß zu haben, also erfolgreich für den Rest deines Lebens zu sein. Hier am Anfang zuerst möchte ich dir, wie gesagt, noch mal danken, dass du das gebucht hast. Aber zweitens möchte ich, dass du dich vorbereitest, geistig tiefer einzusteigen. Okay? Bereite dich vor. Stell sicher, dass dein Terminkalender frei genug ist. Du kannst einige Dinge auf die Zeit nach dem Kurs verschieben. Vielleicht kannst du auch einige Dinge stornieren, die nicht so wichtig sind. Erlaube dir selbst diesen Raum und die Zeit, dass wir auf tiefgreifende Art und Weise zusammenarbeiten können. Und ich kann sagen, wenn du deine volle Aufmerksamkeit und dein ganzes Herz diesem Kurs widmest, das bedeutet auf dieser Welt, dass du deine Zeit dafür zur Verfügung stellst und deine Aufmerksamkeit, dann wird dein Leben für den Rest so gut sein, dass du dafür dankbar sein wirst, dass du dir selbst gratulieren wirst dazu, dass du das gemacht hast und dein Herz und deinen Geist dort hineingegeben hast. Im DCI Level 7, die Diamantwelt berühren. Das war mein Vorbereitungsvortrag. Du wirst sie alle sehen, die Professoren, das ganze Team von DCI. Wir haben zusammengearbeitet und stellen sicher, dass du einen sehr erfolgreichen Kurs haben wirst, der dich für den Rest deines Lebens beeinflusst. Okay, wir sehen uns dort.